Moin moin Leute, willkommen zurück bei Wars Thunder und ihr seht schon, wir sind nicht alleine, wir fliegen mit dem Schrammo, der auch bei mir im TS ist, hallo Schrammo. Hallihallo. Und mit dabei sind auch Ray Ayanami und Silent Slenderman. Mr. Silent Slender, genau. Mr. Silent Slender, ja. Genau, genau. Und ja, alles klar, Ray und, äh, Ray, R-A-Y, Ray, 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 Ray aus Silent, Ray, ich meine Scary Movie, Ray aus Scary Movie. Ja, Ray aus Scary Movie, genau, Ray, äh, und Mr. Silent Slender sind nicht im TS, also ihr hört die Stimmen von den beiden nicht, die Stimmen, die ihr nicht kennt, von einem abgesehen. Ja. Wobei, von Ray kennen wir die Stimme. Echt jetzt? Die hat keine. Ja, doch, doch, Ray spricht immer, naja, du weißt schon. Ach so, ja, richtig. Diese Stimme, ich hab's fast vergessen. Ray, ich, ich, ich mach hier grad so ein Herz mit meinen Händen, also, ne, Liebe und so, Harmony. Mhm, Harmony. Wir spielen heute mal die Deutschen, also bei mir auf jeden Fall, und schauen, ob wir noch mal die Briten spielen. Ich muss noch mal die Briten spielen, ich muss unbedingt Tier 9 werden. Ja, ich bin grad Tier 9 geworden. Damit ich mir kein Flugzeug kaufen kann. Ja, genau, damit ich mir kein Flugzeug kaufen kann. Und wir werden jetzt hoffentlich gleich Tier 9 bei den Deutschen, dann kann ich mir die G2 kaufen. Boah, okay, es dauert noch Geld und so. Aber ich muss sagen, wir gehen in die Schlacht. Wir gehen in die Schlacht. Alles klar, wir gehen in die Schlacht. Wir gehen in die Schlacht. Super! Ich nehme mir zwischenzeitlich mal einen Schluck von meinem Cappuccino, live in der Aufnahme. Genieß diesen Cappuccino-Moment. Schlürf, schürf. Der und ich mir Moment. Ja. Aus echten arabischen Bohnen gebraut. Ja, also meinst du. Mit frischem Bergquellwasser. Jahrelang gereift. Ja, genau. Cappuccino, der reift. Alles klar. Und nun bei dir in der Tasse. Spüre den Genuss. Genuss. Kennst du Genuss? Genuss? Ich kenne Genuss, ja. Genau, den Genuss. Das sind laufende Genuss. Guck mal, der bemappt. Das ist ja quasi, die Leute denken sich so, oh mein Gott, das ist die Folge von gestern. Die fängt bloß anders an. Die schneiden nur. Ja, die sprechen einfach nur einen anderen Text drauf. Äh, voll name. Ja, record please. Er startet auch wieder mit der Spitfire. Das ist, oh. Ich glaube, wir starten von einer anderen Richtung aus, oder? Ja, wir starten von einer anderen Richtung. Wow, ich bin alles grau. Was? Bei mir ist alles grau, ich bin in den Wolken. Du bist in den Wolken. Ich auch. Ich bin in den Wolken. Oh, oh, oh. Das ist aber gefährlich. Ja, das ist definitiv gefährlich. Fliegt man nach oben. Ich fliege gerade im Kreis, wie immer. Und mir fliegt ihr hinterher. Raus aus den Wolken. Ui, ui, ui. Oh, ist das nicht schön hier oben? Klare Luft. Ja, ich sehe auch langsam das Blaue am Himmel. Oh. Wenn du jetzt nach rechts guckst, siehst du eine etwas wolkenlosere Partie des Grand Canyons. Und da hinten ist auch eine größere Wolken. Was da, da geht eigentlich im Chat ab? Oder ist das gut, ja. Wie immer dasselbe, liebe halt. Es ist, es ist Wochenende. Oh, stimmt, ja. Es ist Wochenende. Vielleicht sind die LOL-Server gerade down. Das ist natürlich irgendwie so ein Turnier über das Wochenende. Die sind doch dauerhaft online. Hier oben sind mir zu viele Leute. Dahin kommt eine F6F. Ach ja, ist ja, äh, Cats gegen, ähm, gegen Zeros übrigens. Das war noch einer, ne? Genau, genau. Heißt, wir werden, ich werde mal nächste Runde, werde ich wahrscheinlich mal die Amnes spielen mit den Cats. Miau! Dann muss ich ja die Japaner spielen mit den Zeros, um zu zeigen, dass ich besser bin als, 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 als ein Cat. Übrigens hinter dir ist doch kein Bo-Fighter, die fliegt nicht zu dir. Okay, ich gehe nochmal auf die PE. Wenn ich das dann fliege. Oh, den Mr. Silent Sender, den Bo-Fighter. Hoffe ich. Ich hab sie geklaut. Hahaha, ohne Corsair. Die Corsair haben sie, die haben sie übrigens auch gefixt. Die war ja ein bisschen wenig, ähm, stark, was die Zugangenschaften angeht. Wo ist denn die? Da ist es, Reschla. Hey, ganz schön, Wolfi, hier. Wie fliegt man den Mr. Silent Sender? Ach, ich glaube, Mr. Silent Sender war der, war der nette, äh, Mensch-Abonnent, der gerne in meinen Kommentaren sich immer wünscht, dass die Lack fliege und jetzt fliegt er gerade selber in den Lack. Ah, okay. Ich glaube, ich glaube, das warst du, Mr. Silent Sender. Wenn du das nicht warst, dann, äh, es tut mir leid, Personen, die ich gerade den Mr. Silent Sender wechsle. Ich mag dich auch. Herz und so. Harmonie. Genau, griezt auch ein Herz von mir. Love and Harmony. Ich bin übrigens, ähm, fast aus allen Wolken gefahren, als ich, gefallen, gefahren. Ich bin aus allen Wolken gefahren, ja. Mit einem Porsche. Miii. Mit einem Volko-Mobil. Und mein Herr, du hast übrigens eine Hacker hinter dir. Ja, ich gräle schon. Mach so Dinge. Wo sie hin? Dürft ihr nicht weit kommen. Ach, da haben wir eine Filme gekriegt. Ähm, ich hab für meine, meine Bf-109, F4, hab ich die Munition für die zusätzlichen Kanonen nachgekauft, ne? Also 30 Munitionsquote, knappe 8000 Credits. Ja, das ist, äh, teuer. Lohnt sich aber. Ich hab die noch nicht geflogen, die 9. Also ich kann das ja vielleicht mal demnächst machen, aber ich hab, bis jetzt hab ich die, die Bf-109 noch nicht geflogen. Die haben sie ja überarbeitet mit dem Patch, aber ich bin die noch nicht geflogen. Oh, 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 okay, ich bin tot. Ich hab den Bowfighter irgendwo auszählen. Jetzt fängt noch nicht so viel gespielt. Den Bowfighter, die ihren Flügel verloren hat, ähm, und jetzt auch gerade stirbt, zurecht, hat mich aus den Wolken weggeschossen. Haben euch die Jax-7 nicht getroffen? Äh, ja, im Fall für Galileo Mystery, auf jeden Fall. Ja. Wo sind die Jax-7? Oh, diese Wolken, ne? Das macht mich so irre, da hinten ist ein Jax-7. Ach, da bist du auch. Ja, okay. Ich hab sie jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, aber mittlerweile brenne ich auch, ja. Zinnert mich aber nicht, noch auf die Jax-7 zu schießen. Oh Gott, du hast da ne Jax-2 und alles Mögliche. Naja, ich hab, mein Motor ist ja schon aus. Mal gucken, wo kann ich mich denn rein stürzen? Nicht in, nicht in befreundete Flugzeuge, bitte. Äh, äh. Äh, ich mein Fahrzeuge, nicht Flugzeuge. Das sind halt Bodenflugzeuge. Ich glaub, die Hurricane hätten nur so schön waren. Komm ich dann auch über die Klippe? Nein, ich komm nicht über die Klippe, schade. Ich dachte, ich kann noch vielleicht oben auf dem Hügel aufsetzen, ob ich jetzt, ähm, Hallo, Burk. Burk. Ist Burk? Wir haben voll in den Burk geflogen. In Burk? Ja, in Burk. 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 Andrea Burk. Andrea Burk. So, ähm, let's go. Oh, mein Chat ist glowing. Oh, Alter. Ich krieg, ich krieg ne Strafflüge für Zerstörfeuer. 5 Minuten der Flugzeuge, wenn das Ding von oben voll in mich reinschießt und ich hinter der Peschka in der Hänge. Das ist ärgerlich und ich hab gerade nen Deif ein bisschen, äh, verpatzt. Ich hab die Jagd nicht getötet. Jetzt ist ein bisschen eh hinter mir her, eiskalt. Ich hab, mein Motor ist aus. Was denkt sie, wer sie ist? Shit, das gibt's doch gar nicht. Ich flieg über Kopf, das ist nicht gut. Oh, mir ist rot. Ich mach doch mal hier ne Landung. Obwohl, ne, vielleicht komm ich ja noch bis unser Flugfeld. Das ist nur da vorne. Mhm, würd ich anschieben? Ja, schieb mich mal an. Ich suche mal, ob ich hier irgendwie so ein bisschen Geschwindigkeit rausholen kann. Hallo, Mr. Hurrikan. Oh Gott, Hurrikan, du hast ja ein Glück, dass ich nicht zielen kann. Wow. Was zur Hölle? Rai. Das ist ein Hurrikan. Ja. Okay, mit dem Chat, sorry. Bauchlandung. So, Bauchlandung mit Bruchlandung. Bauchlandung krieg ich dafür auch, ähm, krieg ich keine Weichlandung für, schade. Boah, also das hat mich grad so ein bisschen verstört, weißt du, da hängst du hinter einer Peschke hinterher, fliegst einfach nur gerade hinter dir hinterher, also, da kommt von oben ne Baufalter oder sowas angestürzt, fliegt voll in dich rein, weil sie die Kurve nicht kriegt mit 500 kmh, und zerstört sich an mir, hier, ich krieg nur den Motorschaden und, äh, ich krieg dafür halt, die, äh, 7000 Credits minus geschrieben, weil, äh, zerstört aber. So, ärgerlich. Blödes System. Dafür muss jetzt hier die, 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 die Speedfire hier zerstören. Musst du denn? Wie, konnte ich dich nicht treffen? Warum hat ich dich nicht getroffen? Das Speedfire, die hat nen, 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 nen Dodge-Spot. Oh Gott. Warum werde ich schon wieder angegriffen? Ne, ne, sehr gute Frage. Ne, endlich hab ich getroffen. Warum sind die eigentlich alle über unser Flugfeld? Ich weiß es nicht, ich werd irgendwie, ich bin rot, ich muss irgendwie mal landen. Ne, ich versuch mal. Und dann verliere ich meine Bowfighter, ohne, dass ich die wirklich geflogen bin. Weil ich werd verfolgt, das ist gar nicht möglich, zu landen, egal, ich bin trotzdem. Landemodus aktiviert. Raut mal hier hinten erstmal auf, ey, lädt mich auch im Arsch, das macht die Bowfighter hier hinten. Äh, die Bowfighter soll schon die... Die Messerschmied. Da ist, oh, da ist ne Fahne. Macht euch durchgefahren, gut, ich dachte. So reich da, ich dir gerade, ich glaube, das ist kein Problem, wenn ich hier jetzt lande. Hier sollte eigentlich gar ein Thema sein. Fahr mal ein Stück zur Seite. Ist hier dann immer noch im Leben? Ne, ist nicht, okay. Donut drehen. Komm schon mit, ich hack eins rein. Was zur Hölle wollen die hinten? Das ist hier kein Einnehmen zum Flughafen. Keine Ahnung, aber ich bewege mich gerade noch mit 1 kmh. Und ich hab hier einen 360 Grad Donut gedreht bei der Landung. Awesome. Das waren zwei, wir öfters sehen. Gucken, gehen alle klappen? Ja, ja, ja. Sieben Sekunden, bis mein Flugzeug repariert ist. Dann erhebe ich mich wieder in die Lüfte wie ein Dingergott. Okay, dass du das noch schaffen wirst, da kommt nämlich gerade ne Hellcat rein. Null Sekunden. Bildschirm ist schwarz, ich starte. Deine Klappen sind auf Start. Motor auf Nachbrenner. 80 kmh, 90 kmh, 100 kmh, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Ich krieg die Dings nicht. Es gibt es nicht. Vielleicht hätte ich schießen sollen. Und nicht nur auf die Geschwindigkeit achten sollen. Gut, dann fliegen wir doch mal mit der Bowfighter. Was machen die hier eigentlich alles? Das verstehe ich voll überhaupt nicht. Die fliegen ein Flugzeug. Mal gucken, ob ich der Lack da helfen kann. Ich find's ja super, dass die alle hier bei uns am Flughafen rumbratzen. Dann brauch ich nicht wirklich weit fliegen, aber... Okay, Riders. So, der Lack hab ich doch mal geholfen. Ist doch schön gut gemacht, Schramo. Dankeschön. Super, Schramo. Schulter klopfen. Ja. Oh, ich dachte, ich krieg die Mech noch. Die kam... Die sah so, als würde die gleich auf mich zukommen. Hatte schon Hoffnung. Da ist so ein Lack 3 da hinten. Das reicht's aber mal. Nicht in mich fliegen, bitte. Oh, meine Striebwerke ist defekt. Ich muss landen. Mäh. Du bist ja recht am Flughafen, von daher. Das passt. Ja, aber, aber... Aber, aber? Aber, aber. Komm schon wieder eine E2 hierher. So. Ich finde es ja schön, dass ihr alle zu uns kommt und warum wir nicht zu euch kommen, Aber, das hat man so... Ich bin nicht penetrant. Ja, Lammung. Und, äh, ich stelle Bodenkontakt her. Ja, na, so ein bisschen hoch. Geht da nicht, gell? Reih, fahr nicht mit rein. Kommt vom Reih. Reih. Ah, hab ich durchgefahren. Okay. Ja, auf dem Flugfeld fährst du immer noch ein durch. Okay. Die Reih dreht sich auf. Wir drehen uns beide. Wir sind so synchron. Wir machen synchronen Landing. Yay. Würde ich gerne rückwärts fahren. Hm. Naja. Wow. Silent Slender, das war knapp. Silent Slender. And the Star Cherus. Elisir, der war awesome. The Sky. Ne, das ist das, ne? Ich glaub ja. Das ist das. Oh, du, ich hab das Intro schon seit ewigen Jahren nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Das krieg mir grad nur so ein. Landeklappen sind auf Start. Oh Gott, mein Eier, der Flügel ist schwarz. Das wird nichts. Bin in der Luft. Das wird nichts. Ich sag's ja. Ich hab mich nachher abgeschossen. Ne, E-L2. Wahrscheinlich die E-L2, die ich vorhin stark beschädigt habe. Aber ich glaub nicht. Das war die Rache der E-L2. Oha. Ja, dann. Ja, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich meckere auch gar nicht. Mit den Deutschen komme ich aktuell wunderbar klar. Vielen Dank für die Bf9 F4. Und die F4-Trop, die zusätzliche Kanonen, hauen das echt nach vorne, die beiden Teile. Das ist der absolute Hammer. Jetzt muss ich mir gucken, ob ich hier irgendwie was kaputt machen kann mit meiner 50-Kaliber. Und der ME, jetzt hab ich noch nicht einen einzigen Kill. Irgendwas muss ich da und sie zerschießen. Irgendwas, das gar nicht ausfliegt. Ich hab auch Bombenkirchen gerade auf zwei Stück. Dann, äh, vielleicht schaffst du ja noch 18, äh, 19 Bodensiedel. Das krieg ich hin. Mit einer Bombe. Äh, zwei. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier nicht in irgendeinen Berghalm fliege, weil ich sehe hier nämlich absolut nichts. Ah, ich hab einfach der Nase nach. Hier auf Neptun gehe ich schon. Äh, gehst du nicht? Oh, jetzt hab ich hier, glaub ich, gerade angeschlossen. Ich hab mir vorbeigeflogen. Das ist möglich. Aber es ist Glück, dass ich noch dran ist. Komm, ja, genau. Was ist denn hier los? Das gegnerische Team ist hier. Ich glaub, die wollen nicht verlieren. Und ich brenne, logischerweise. Passiert ihr sonst nichts anderes hier. Geh weg, Handel. Nein, mein Flügel. Das war so ein schöner Flügel. Oh, mein Dipping-Flügel. Das ist gar nicht die 50-Fall. Was hab ich denn so? Da-da-da. Ich hab doch die 50-Fall lieber ausgewählt. Weiß das nicht. Weiß nicht, was du tust. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Das war das Problem. Ich wurde von Phelosaurus abgeschossen. Oh Gott. Ich glaub, ich auch. War das eine Ära-Kruppe? Ja, genau. Ja, der hat mich abgeschossen. Phelosaurus in der Ära-Kruppe. Die passten ja da rein. Der Phelosaurus war nicht so groß. Ach so, okay. Ich muss immer an den einen ASDF-Movie denken, an dem dann einfach nur so stumpf kommt. I'm a Stegosaurus. Ich find bei ASDF immer noch Baum. Three powers activated. Ich hab schon wieder irgendwas hinter mir. Das ist doch ätzend. Ich will doch einfach nur irgendwas zerstören, meine M.I.s. Ich will nur irgendwas zerstören. Ich muss zerstören. Doch es darf nicht mir gehören. Hier kann ich ja mit der 50er lieber eine Warfighter vor mir nicht treffen. Na, geht doch. Oh, oh, oh. Erster Kill. Erster Kill mit dem Ding. Wuhu. Dada. Nein. Was rein? Battle Trollpys 10.000. Nice. Okay. Battle Trollpys 10.000. Yay. Aber übrigens, dieses Bild, was ihr hier seht, wenn das jemand irgendwie weiß, wo man das findet, das hätte ich gerne. Ich brauch das für meine Summonation. Der ist das denn da? Ja, ähm, das Bild mit dem Bomber und der riesige Explosion im Hintergrund. Ich find das nennst. Oh, das findest du im Forum. Oh, okay. Das wurde irgendwann mal... Äh, ich bin krank 9. Yay. Ich bin auch krank 9. Yay. Endlich. Ich kann den neuen Motor für die Typhoon montieren. Ich kann mir haufenweise neue M.E.s kaufen, die ich mir sowieso wenig kaufen werde, weil ich die Teile irgendwie nicht gut finde. Ja. Oh, guck mal. Maskatina 1 und der Ladykiller X haben ich angeschrieben. Gut, dann... Ladykiller? Das ist LED-Killer, Mann. Eigenbeschuss schon. Ich will aber erst mal wieder sagen, dass das war. Ja, auf jeden Fall. Und wir hören uns beim nächsten Mal, oder? Ich denke schon, ja. Ja, ne? Ich höre an, wenn ihr noch zugucken soll. Alles klar. Bis dann sag ich mal. Und tschüss. Tschüss, tschüss.